Uns ist es besonders wichtig, dass Sie die Menschen hinter Ecotec persönlich kennenlernen und im weiteren Verlauf kontaktieren können. Denn nur so entsteht Vertrauen. Wenn Sie uns dann bei einem Linewalk einen Einblick in Ihre Montageprozesse gewähren, begeben sich unsere Ecotec-Experten auf die Suche nach Einsparpotenzial und Optimierungsmöglichkeiten. Immer mit dem Fokus auf die verwendete Verbindungstechnik. Die Ergebnisse unserer Analyse stellen wir Ihnen kurzfristig und kompakt zur Verfügung. Es lohnt sich. Wir freuen uns auf Sie.